Hallo Frank, danke, dass ich die Gelegenheit bekomme, für meine Sache ein bisschen Werbung zu machen. Für die, die es noch nicht wissen, ich habe die Chance bekommen, durch die Firma Tiger Balm über Facebook einen Startplatz beim New York Marathon zu gewinnen. Ich setze im Moment alle Hebel in Bewegung hier lokal, um dann die meisten Abstimmungen dafür zu bekommen, denn das ist die Voraussetzung. Es geht darum, in diesem Wettbewerb möglichst viele Stimmen zu bekommen. Ich setze hier alle Hebel in Bewegung gerade, nutze jede Chance und Frank, dir vielen Dank, dass ich das hier auch machen darf. Wer mich da unterstützen will, kann das über Facebook tun. Ich freue mich über jede Stimme und setze auf euch. Danke.